Yeah, hier ist euer Influencer des Vertrauens Hört ihm gut zu Pineapple Paul Ist wieder back Schau mich an mit meiner Sojamilch Von Alpro, ich kriege alles was ich will Ich mach jeden Tag ein Sponsoring Und daneben meiner Finger ist ein Sponsoring So ist das Leben als Influencer Schmeiß die Knetel aus dem Fenster Ich länger bin Models und Stars Mein Leben macht so viel Spaß Ja, ich mach ein Placement Wo mir mit der Asche einen neuen Benz Davon mach ich dann ein Review Alle Leute sehen mir zu Bin auf Insta angesagt Gestern hat mich sogar Balenciaga angefragt Sie haben viel gezahlt Ich hab akzeptiert Seitdem hab ich ein neues Balenciaga-Shirt Meine Meinung ist mehrere tausend Words Ich pushe meinen Mundkonzerne mit nur ein paar Words Ich mache einen Dirtz und damit ein paar Tausend Ich krieg alles geschenkt Ich muss nicht mehr einkaufen Manchmal frag ich Womel hab ich das verdient? Das verdient Gucci-Hoodie oder True Religion-Jeans Vokabora fliegen nach Paris Ich lebe meinen Dream Ich bin fame und dafür hab ich viel gemacht Ich teste Sachen manchmal sogar in der Nacht In der Nacht Wie man sieht mein Leben ist echt hart Aber ich komm damit klar Oh yeah! Schau mich an mit meiner Sojamilch In halb wo ich kriege alles was ich will Ich mach jeden Tag kein Sponsoring Und an jedem meiner Finger sind Sponsoring So ist das Leben als Influencer Schmeiß die Knete aus dem Fenster Ich häng ab mit Models und Stars Mein Leben macht so viel Spass Lalalalalala Check mich aus Abonniert mich überall Mwah! Untertitelung des ZDF, 2020